Einen wunderschönen guten Termin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dread Templar. Ein ungutes Gefühl, ja das habe ich auch. Aber wir legen trotzdem los. 115 Schuss habe ich da, okay. Ich nehme mal an, ich muss hier, ne muss ich nicht. Äh, muss ich, aha, E drücken. Ja dann, mach ihn da erstmal weg. Weil der Brasco lässt hier, guck mal, deine, äh da, deinen Freunde spawnen. So. Munition, her damit. Okay. So, muss mich bücken. Gut. Ja, ja, ja. Das ist jetzt hier, ach Gott, dem Himmel. Okay. Ich benutze, warum benutze ich diese Zeitlupe eigentlich nie? Das ist eigentlich so dumm. Guck mal jetzt. Ah. Kannst du direkt wieder auffüllen. Jesus Christ. Ist hier noch mehr? Weg da. Okay. Haben wir's. Noch nicht. Ah, er konnte niemanden beschwören. Du Noob. Katana-Verstümmelung. Oh, ja. Sehr gut. Rüstung. Ah. Sag mal hier. Ah, jetzt geht das Tor auf. Okay. Ja, dann auf sie mit Gebrüll, würde ich sagen. Jesus, das ist denn für einer hier. Warte mal. Mach mal so. Okay. Und Speicherpunkt. Ja, guck mal hier. Goldene Rune. Höllenschrei. Was ist in dieser Höllenschrei? Hier. Die Doppelpistolen werden in den Doppel-Höllenschrei umgewandelt. Sie verschießen mächtige Feuerprojektile, die Gegner durchschlagen. Ja, dann nehme ich aber lieber das statt 400 Munition, ne? Bringt die Abklingzeit des Dashs statt, ne, ich will mehr Gesundheit. Habe ich hier noch neu. Hört den Wurfschaden der Doppel-Katanas. Hört den Schaden bei Zuschlagen auf Level 2. Ja, ich benutze zwar nicht, aber egal. Hier habe ich noch gar nichts. Was habe ich hier so? Effektivität. Erhöht die Feuerrate. Oder spare ich auf sowas? Erhöht die Tragekapazität der Schrobflinten-Munition. Das ist eigentlich... Darauf können wir sparen. Ist okay. Okay. Oh, jetzt reden wir aber, du. Okay. Jetzt... ...reden wir aber. Jetzt hat... Aber kannst du dir trotzdem mal schnell Pfeil und Bohm aufnehmen. Danke. Hallöchen, der Herr. Das macht, äh... Es macht guten Damage, ne? Okay. Der Nächste. Oh. So, wir nehmen mit das Zeug. Aber ein so'n Schuss verbraucht vier Schüsse Munition. What the hell? Okay. So, jetzt stirbt mal. Eine Güte. Oh, shit. Warte mal. Ja. Immer noch nicht. Jetzt aber. Danke. Ja, wir speichern mal. Wohin? Äh? Ah, jetzt geht's hoch. Okay. Ja, ist aber ein bisschen doof, dass hier... ...hier Schuss pro, ähm... ...oder vier Munitionsstücke pro Schuss weggehen. Fallenwerferrausche, das brauche ich nicht. Ja, okay, warte mal. Hä? Ich meine, Ruhe jetzt hier. Okay. Wer oder was, komm, wir gehen mal hier durch. Ja, ein Medikit. Nimm mal mit. Ach, du Scheiße. Haben wir gerade ein bisschen zu viel Damage, ehrlich gesagt. Okay. Äh... Ist was passiert, oder... ...hä? Ah. Hat sich gedrillt. Dann wie komme ich jetzt Komme ich da jetzt ran? Äh Warte mal Geh nochmal da nach hinten Wie schnell geht es? Aha, oh Ein Geheimnis entdeckt Schwarzbogengemetzel Nice Okay Jetzt mach's wieder zurück Na Mal wieder raus Gibt hier sonst nix, ne? Nö Wer dann? Ähm Ja, scheiße Oh, wie komme ich denn hier Ah Okay Feichern Dann gehen wir wieder hoch Geht das nochmal eine Etage Weiter nach oben, oder? Ne Der hier geht nach oben Ne, der geht Wieder hier zurück Äh Aber ich will da hoch Also Ne Einfach nein Oho Was ist mit dem Ding da? Äh Sag mal Was check ich denn jetzt nicht? Was mache ich falsch? Habe ich da hinten etwas übersehen, oder? Oder Ich glaube, ich muss ins Wasser springen Kann das sein? Warte Gleichere nochmal Ja Unds Wasser Oh Ne, das war's nicht Okay Oh, okay Guck mal Der Nebenbereich Holy shit Holy shit Fuck Fuck Was ist das? Inferno-Raketen-Gemetzel Oh boy Und jetzt? Wo kann ich Äh Okay, von hier bin ich ja gekommen, oder? Ja Wo muss ich denn hin? Geht's hier irgendwo durch? Ne Äh Also Hier geht's nirgends durch What the hell? Abschießen kann ich das nicht, okay Ich bin leicht überfordert, ehrlich gesagt What the hell? Hier geht's auch nirgends durch, ne? Ich kann auch nirgends auftauchen Das geht nicht Oh Das geht auch nicht Mich verarschen, oder so? Aber was da alles ist I don't get it Ach, leck mich Wir gehen Was ist hier? Uh Ah, hier geht's weiter, okay 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 Das kann man auch kaputt machen Gut zu wissen Geht's hier weg? Ne, da ist auch einer So, der Blut-Edelstein Sehr gut Bitte Muss ja aufpassen, ne? Okay Und jetzt? Huh Im See hat sich ein Eisentor geöffnet Dann gehen wir zurück in den See Speicher mal Ein Eisentor hat sich geöffnet Das da? Ja, guck mal Ein Blut-Edelstein Der goldene Rune Blitzspehr Damit sind wir wieder hier zurück Okay Wissen aber weiterhin noch nicht Wie man da hochkommt Das ist bedauerlich Bin ich so doof, oder was? Hm Muss ja das da irgendwie aktivieren, aber Wie mach ich das? Das ist die Frage Habe ich hier was übersehen? Zum Beispiel da hinten Also Ist gar nichts passiert Auch geil So, jetzt Dann Mal hier durch Aha Jetzt ist es aktiv Ich hab tatsächlich was übersehen Gut Okay Können wir ja weitermachen Äh Wo bin ich jetzt? Where am I? Was ist jetzt los? Ach, Herr Jemine Okay Okay Ja, schieß du ruhig Ist okay Und tschüss So, und jetzt Reichern Ne, warte mal noch Durch drei Steine Und was hab ich hier? Höchst den Schaden der Rakete Okay Machen wir Ah, das kostet zwei Ja, fuck Ja, okay Dann müssen wir halt nochmal Auf einsparen Aber ist okay Weiter geht's Aber war ich hier nicht am Anfang? Was ist hier los? Ach, du bist am Schießen Okay Aber Ist das richtig, was ich hier mache? Das ist die Frage Ich glaube nämlich nicht Ich glaube, ich bin wieder Ich bin wieder am Anfang Alter Junge, bin ich blöd, ey Okay Okay Ganz wieder Oh Rotflintenerweiterung Level 2 Okay Geh mal hier durch Ah Hier Oder? Ja, ja Ich erinnere mich Hä, jetzt bin ich schon wieder hier Weißt du was? Jetzt mach hier Hier kommst du raus, oder? Jawohl Oh nein Oh, jetzt ist er Herrgott im Himmel Weichere Jetzt kann man nach drüben Ja, Halleluja 48 von 77 Kills erst 10 Geheimnisse gibt's hier Ja, okay Schön Was ist das? Ähm Ist das Also Ganz-Säuer-Waffe Okay Die ordentlich Reinschallert Okay Ja, nice Ich bleib aber hier Bei der Pistole Für den Moment Okay Ja, nur das Medikit bringt was Kann eigentlich ruhig Viel verschwenderischer sein Mit meiner Munition Ne, warte Hier Danke Er ist auch nicht tot Okay Komma Reicht's mir aber hier Komm Geht doch Ja, hier hätte ich natürlich Perfekt die Zeitlupe Aktivieren können, ne Hab ich aber wieder mal nicht Hab ich natürlich Wieder mal nicht Neh, ne violette Karte Wir können speichern Verpackse rein Was haben wir hier hinten noch Okay Warte jetzt Zeitlupe, komm So viel hat's jetzt auch nicht Gebracht Alter Hab fast das ganze Magazin Verbraucht Das gefällt mir irgendwie nicht Diese Pistole Perfekt Super Hab ich gut gemacht Ja, das war großes Kino Ja Wir gehen jetzt hier durch Komm Alter Oh shit Das war jetzt ein bisschen unnötig Okay Oh, lass den Scheiß mal hier Gib mir die Pumpgun Ne, das ist es nicht Dann geht's hier durch Nur noch 6 HP Das ist unangenehm Das ist sehr, sehr Unangenehm Fuck Ja Nein, da ist ein zweiter Ach herrje Komm schon Danke Okay Okay Medikids Würde ich gerne Haben Kriege ich aber nicht So wie es ausschaut Ne, kriege ich nicht Warum nicht? Helft mir nochmal ein bisschen Hier jetzt Danke Oh nein, der lebt noch Okay Ach du Scheiße Danke Immer noch kein Medikid Willst du mich verarschen? Ich hab noch 6 Leben Warte, was ist Ist da was passiert? Oder Hä? Ist was passiert? Oder Ja, es sind Gegner gekommen Und ich bin tot Ja Junge, 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 Junge Na dann Das kannst du doch mitnehmen Kriege ich hier irgendwo Medikids? Das wäre sehr sympathisch Hat aber nicht danach aus, ha? Doch, hier Äh Ne Will ich nicht Ist okay So, speichere so Wenn ich wenigstens Voller HP hab Inklusive bisschen Rüstung Weißt du was? Hier Zack Zack Die ganze Munition Die das verbraucht Äh Blimm Naja Naja Come on Mach ihn weg Danke Aber der Damage ist halt schon viel geiler Bin ich ehrlich Der Damage ist natürlich schon Nice So, hol mal alles ab Was ist hier los? I don't know Scheiße Nütze ich ein anderer Gegner hier Puh So Und nicht anders So Und jetzt kommen wieder die ganzen Gegner Na Richtig Hab ich hab noch fast Voller HP Braber Junge So Treppe Treppen vor dir führen Zum nächsten Level Ja Halleluja Das ging jetzt lange Du Aber ich würde sagen Wir sehen uns morgen wieder Ich sage danke fürs Zuschauen Hab einen schönen Tag Macht's gut Tschüss Das ging Tschüss